Lola, hast du denn noch Fragen, wie wir bei Fortis arbeiten? Ja klar. Ihr kümmert euch in euren Business Teams neben den Projekten auch um Themen wie Akquise und Personalplanung. Wie macht ihr das? Stimmt. Jedes Business Team hat gemeinsame Aufgaben, die es eigenverantwortlich umsetzt. Wir nennen das Empowerment. Die Entscheidungen treffen also die Teams selbst. Ist das nicht alles sehr zeitaufwendig? Ja, auch das stimmt. Man muss halt immer zwischen Kundenprojekten und der Teamentwicklung balancieren. Verantwortung zu übernehmen ist nun mal ein fester Bestandteil unseres Alltags. Klingt anspruchsvoll. Aber was bringt es neben dem Tagesgeschäft noch Zusatzarbeiten zu erledigen? Mir macht es einfach Spaß Entscheidungen zu treffen. Und ich helfe gern dabei Projekte, das Team und den Kunden weiterzuentwickeln. Übrigens können wir durch diese agile Unternehmensorganisation auch auf Veränderungen effizient reagieren. Das ist echt mal was anderes. Am Anfang war das für uns auch alles neu. Aber heute möchte keiner von uns mehr anders arbeiten. Wir genießen einfach die Gestaltungsmöglichkeiten und den besonderen Teamgeist bei Fortis. Wow, das gefällt mir auch. Dann willkommen bei Fortis. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.